Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von den Kunden lernen war schon die Devise des Vaters, als er 1954 das Musikgeschäft gründete. Seit 20 Jahren setzt Sohn Hans diese Maxime im Internet um. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im gerade fertiggestellten weltweit größten Servicecenter kümmern sich über 100 Ingenieure, Meister und Techniker um Instrumente, Audio- und Lichtequipment. Thoman ist Vollsortimenter. Was 1954 auf 14 Quadratmetern begann, ist heute eine Erlebniswelt für Musikinstrumente auf 6000 Quadratmeter. Hier finden Kunden, was das Herz begehrt. Beraten von über 100 Mitarbeitern aus allen Bereichen. Mit einer Auflage von 10 Millionen jährlich informiert der Hot Deal per Post wöchentlich Kunden über neue Angebote. Wenn jemand Musik machen will, darf es am Preis nicht scheiden.